Hallo, das Video ist über die abwechslungsreichen Essen und ausländische Restaurants hier in Dresden. In unserem Kurs haben wir über viele Teile der deutschen Kultur gelernt und auch über einen Ausländer, dem sich eine neue Kultur adaptieren. Ich bin zu Pragerstraße, zu ausländischen Restaurants finden gegangen. Deutschland hat die größte Bevölkerung von Einwanderern in Europa und Deutschland ist sehr erwechslungsreich und gibt es viele ausländische Restaurants hier in Dresden. Essen ist ein sehr wichtiger Teil der Kultur und ist sehr einfach, ein italienisch, türkisch, amerikanisch oder andere ausländische Restaurants in Dresden zu finden. Die Europäische Union ist sehr wichtig für Deutschland, weil es viele Ausländer nach Dresden kommen, anerkennen und das bringt Leute mit ihrem Essen. Das ist ein Vorteil für Deutschland, weil es gut für die Wirtschaft ist und die Ausbreitung der Kultur und Vielfalt. Ich denke, dass das Essen die Leute zwischen Kulturen zusammenbringt und ich glaube, das sehr wichtig ist. Ingesamt glaube ich, dass ausländische Restaurants ein wesentlicher Teil der deutschen Kultur sind. Es ist sehr interessant für mich zu sehen, wie sie ihre Speisekarte anpassen, um die deutschen Leute zugefallen.